Hallo Leute, willkommen bei einem neues Interview bei mir. Du darfst dich dafür gerne mal vorstellen. Also ich bin Lisa, bin 18 Jahre alt. Ja gut, da habe ich mal die allererste Frage für dich. Frage 1, welche Behinderung hast du denn? Meine Behinderung ist Kleinwuchs. Okay, was genau ist dein Kleinwuchs? Kannst du darüber irgendwas erklären? Ja, also ich habe keine Wachstuhlhormone. Und ich musste früher Spritzen nehmen. Und jetzt muss ich sie halt nicht mehr nehmen. Ja, mehr fällt mir gerade dazu nichts ein. Okay, dann ist die nächste Frage an dich. Wie kommst du denn mit deiner Behinderung denn so klar? Oh, je nachdem, was ich machen muss. Bei manchen Sachen brauche ich Hilfe, dass es halt an Gegenstände drankommen. Oder ja, eigentlich nur beim Gegenstände runterholen. Bei manchen Sachen brauche ich Hilfe, dass es halt an Gegenstände drankommen ist. Okay, dann ist die nächste Frage für dich. Ähm, lebst du noch alleine oder noch bei deinen Eltern? Ich lebe noch bei meinen Eltern. Okay, dann ist die letzte Frage für dich. Ähm, was ist denn dein Ziel im Leben? Wie bitte? Dein Ziel im Leben? Mein Ziel im Leben ist, ähm, dass ich mal es schaffe, auf der Bühne zu stehen und dass ich meine Lieblingssängerin mal richtig kennenlerne. Okay, auf jeden Fall ein tolles Ziel. Ähm, sein Kanal ist mal hier unten in die Videobeschreibung für euch mal verlinkt. Ähm, du kannst dich gerne noch verabschieden. Also, ich möchte mich verabschieden und vielen Dank für das Interview. Okay, auf jeden Fall immer gerne. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Könnt gerne noch ein paar Kommentare schreiben. Dann haut rein.